hey leute ich bin's david von retro area jetzt ein neues video für euch am freitag steht unser erstes release unser erstes vintage online release 2023 an und ich wollte jetzt mit dem video auch sagen wir bringen in dem nächsten oder in diesem jahr super viele retro area rework projekte raus wir haben es jetzt auch als team gemerkt wir müssen uns jetzt langsam aufsplitten es gibt so viele aufgaben zum einen haben wir den online bereich dann unser store wo jetzt fast jeden tag täglich gerestockt wurde und aber auch noch super schöne projekte wie zum beispiel retro area rework was uns sehr am herzen liegt allgemein die komplette upcycling das komplette upcycling thema und ich halte hier schon was in der hand ein kissen wir haben alte kissen genommen beziehungsweise ein großes und daraus zwei korsetts geschnitten und geschneidert und zusammengenäht lokal in augsburg das korsett kommt am freitag raus ist größe s und wir haben davon zwei gemacht es sind sich vom stoff her sind sich zwei korsetts ausgegangen eins für den online shop und eins für unseren store in augsburg hier noch mal eine kleine aufnahme wie wir das dann würden mit einem oversized hemd und wir bedanken uns bei euch und wir freuen uns